Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Guild Wars 2, unserer legendären Reise. Ja, ich bin hier gerade unterwegs zum Weltenboss, Mottnir Ulgoth, aber bevor wir den machen, müssen wir hier noch einen wundervollen Champion töten. Und wenn wir den getötet haben, dann geht's erst richtig, richtig los. Denn, ja, wir machen ja gerade den Band 1 der legendären Reise von Düsternis 1, das experimentale Nachtschwert. Und eine Aufgabe davon ist es hier, besiegt den Mottnir Ulgoth im Harati Hinterland und plündert diese aus seiner Truhe. So, jetzt habe ich die Pre-Events gerade mitgemacht und ich habe vorhin mein komplettes Inventar aufgenommen. Alles das ist alles pur aus den Pre-Events von diesem Weltenboss. Also, es lohnt sich tatsächlich auch, die Events mitzumachen. Ach, da oben ist noch ein Veteran. Ein Veteran? Jetzt nicht mehr. Er ist tot. Ach, guck mal. Sie hier noch die ganzen Viecher mitnehmen. War nicht gewusst, dass es hier auch noch Veteranen gibt. Sehr schön. Nehmen wir mit. Hallo, Mottnir. Muhahaha, unverhundbar. Bin in einer Blubbel. Da können wir uns Mottnir ja auch mal näher angucken. Ja, den müssen wir jetzt nämlich töten. Vorher nehmen wir aber jede Champion noch mit, weil, hey, hallo. Wollen wir ja auch ein bisschen Loot hier haben. So, Kriegsbestie. Da ist das nächste Fisch. Ach Gott, die sammeln sich hier schön auf einen Haufen. Das ist geil. Da kann man wenigstens beide abstauern, ne? Sehr schön. Ja, was machen wir noch? My Twin müssen wir auch noch machen. Ich muss mal gucken. Würde ich sagen, machen wir dann gleich im Anschluss. Und dann haben wir ja noch zwei Sachen, die wir machen müssen in Ohr. Und die würde ich halt tatsächlich sagen, machen wir dann, ähm, ja, nächste Folge. Ich hoffe halt nur, dass ich es noch rechtzeitig schaffe, diese ganzen Events zu finden. Ähm, bis übermorgen. Glaube ich aber nicht. Jetzt ist ja eh bereits schon mal einmal eine Folge ausgefallen. Das ist gerade sehr laut. Ich habe eigentlich alles leiser gemacht. Wenn man mal alles so ein bisschen besser hört, weil ich ja teilweise sehr, 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 äh, lauten Spielsound habe. Beziehungsweise mein Mikrofonsound halt leider sehr oft sehr leise ist. Ähm, deswegen habe ich alles leiser gestellt und habe dann anschließend einen Soundtest gemacht. Und ja, was haben wir jetzt? Jetzt war es wieder sehr laut. Aber normalerweise müsste es eigentlich noch so gerade noch gepasst haben. Müssen wir mal schauen. So, hier kommt der liebe Mottnir. Der Mottnir will eine auf die Nase. Er ist immer noch unverwundbar. Jetzt wird er gleich nochmal voll lachen oder so. Und dann geht's los. Jaja, wir sind alle Schwächlinge. Alles klar. Alles klar, Mottnir. Ich verstehe. Ja, schleudert mich nur rum. Alles klar, alles gut. Ja, ich dich auch, Mottnir. Ich dich auch, ich dich auch. Ja, momentan spiele ich mit dem Fresh Air Tread. Den ich eigentlich ziemlich gerne mag. Ähm. Und auch die Wildheit da mitzunehmen ist eigentlich eine schöne Geschichte. Der geht halt so verdammt schnell, der Boss. Vor allem, weil du halt, äh, die Luftüberlastung sehr, sehr schnell und sehr, sehr oft wieder benutzen kannst und diesen extra Schaden noch machst. Ähm, weil du im Endeffekt, wenn du die Luftüberladung ausgecastet hast, auf ein anderes Element gehst und schon wieder zurück switchst, die Luftüberlastung halt natürlich durch den Grid ziemlich schnell wieder aufgeladen ist. So, Mottnirs Verderben, beziehungsweise natürlich sofort wieder aufgeladen ist. Äh, Mottnirs Verderben haben wir somit eingesammelt. Eine schöne Kiste haben wir auch bekommen. Ähm, das können wir uns aber später alles in Ruhe noch angucken. Wir müssen jetzt mal drin machen. Äh, zudem haben wir noch selber die Kathedrale der Sephiria Malch versprungen und zerstört die Forschungsanrichtung der Inquestur bei Boxid-Alchemikalien. Aber das machen wir dann ein andermal. Wie gesagt, ich muss gucken. Ich werde halt die beiden Sachen zusammen machen. Ähm. Und werde die halt dann zusammen schneiden. Das heißt aber blöderweise auch, äh, dass ich an diesen Gebieten campen muss. Weil, äh, ja. Weil, was sollst du sonst machen? Kannst nichts anderes machen. Mostat campen. Es gibt keinen Timer oder so für diese Events. So, ich brauche 25. Ich bin immer in der falschen Fraktale drin gewesen. Also danke im Übrigen für diesen Hinweis. Okay, es gibt momentan keiner der Fraktale 25. Die sucht, dann werden wir jetzt Fraktal 25 suchen. Und diesmal suchen wir es wirklich. Und bleiben auch ein Weilchen da drin. So. So. Fraktale der Nebel. Bewerbt eure Gruppe. Fraktal. 25. Mai. Trin. So, mal gucken. Wie lange es dauert, bis wir genügend Leute haben. 25. Forschungsmodus betreten. Ah, das kann halt jetzt ein bisschen dauern. Ich meine, ich könnte das jetzt auch einfach rausschneiden. Aber auf der anderen Seite gehört das halt auch irgendwie trotzdem zum Spiel dazu. Wir können ja mal gucken, was wir in der Zeit bekommen haben. Die Materialien mal alle wegschicken. Wir haben hier auf alle Fälle einiges, was wir zerlegen können. Es hat vielleicht die Frage, ob da um 3 Uhr morgens das die beste Idee ist, jemanden für Mai drin zu suchen. Ah, ich nachteule ich, ey. Ja, mal gucken. Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen. Da mein Goldi. Da haben wir. Das zeigst noch, was alles zerlegt werden will. Ja, wäre halt schön, wenn es Daily wäre. Alleine würde ich es halt nicht schaffen. Leider. Das traue ich mir definitiv aktuell noch nicht zu. Mit einem anderen Bild könnte ich es vielleicht mal versuchen. Aber weiß nicht, ob ich das jetzt versuchen will. Ich würde es tatsächlich mit meinem himmlischen PvP-Bild versuchen. Dass halt bis vor kurzem noch ein PvP-Bild war. Mal gleich sagen. Lager das mal. Was habe ich denn für einen Ping? Komisch. Seltsam. So, verkaufe ich das mal. Danke. Habe ich um diese Uhrzeit wirklich Pech und bekomme niemanden, der Mai drin machen will mit mir? No. Wirklich. Keiner Mai drin. Es ist sehr schade. Ich habe aber auch immer ein Glück momentan mit meinen Precursor-Reisen. Aber sowas von ein Glück. Es ist halt, wenn ich jetzt da reingehe und das jetzt mache, ich gehe drauf. Ich gehe sowas von drauf. Das schaffe ich niemals alleine. Ach, Mensch. Ich meine, es wäre tatsächlich sehr interessant, aber es würde drei Jahre dauern. Hallo. Ja, ja. Bringen wir es zu Ende. Ei, ei, ei. Ja, wir können mal gucken, wie weit ich komme. Falsches Bild dafür, aber hey. Mal gucken. Vielleicht holen wir uns noch, äh, äh, hier, unsere Kumpelblase dazu. Dann schauen wir mal. Wow. Nicht so toll. Hat ein bisschen wehgetan. Warten wir mal. Nein. Wollte ich gerade sagen, mit der Luftüberladung da durchfetzen. Ja, solange sie auf Kumpelblase gehen, ist alles toll. Aber Kumpelblase haben sie tatsächlich schon ein bisschen wehgetan. So, jetzt müssen wir erst mal den da noch wegmachen. Ätherkling, äh, 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 typische Dönse da, den da. Serbelrassler. Wow, 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 wow. Tut mir nicht weh. Und ein bisschen Heilung. Oh, okay. Der tut halt dann doch ein bisschen weh. Schade. Es kommt halt niemand. Wieso komme ich auch auf die Idee, um diese Uhrzeit noch aufzunehmen? So. Egal. Ich kann das auch ohne Kumpelblase. Ich sollte halt nur lernen zu dodgen, weil dann verliere ich auch gegen Mai drin. Das ist das Problem. Nein, 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 nein. Diese Immos, ey. Ausgewichen. Nein. Ellen. Was liegst du hier so tot rum? Ist nicht toll. Das ist nicht gut. Ich finde das gar nicht gut. Nein, 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 nein. Oh, okay. Never mind. Ja. Ein Abenteuer unsere Pre-Craser-Reise, nicht wahr? Ein Abenteuer. Ein Abenteuer. Vom Kontrollpunkt aus versuchen. Ach, verdammt. Halt halt nichts aus. Bin halt fast full Berzi. Jetzt machen wir erst ihn da alleine. Wenn er mal weg ist, dann... Ich war von den anderen zwar auch nicht allein, aber hey. Ich weiß, wie ich tatsächlich interessieren würde, wie anders der Kampf jetzt aussehen würde. Ähm. Wenn ich... den hier... Na, kommst du jetzt? Hallo? Weißt du nicht? Habe ich ihn kaputt gemacht? Ich habe ihn kaputt gemacht. Ah ja, jetzt kommt er. Interessant. Bin mal gespannt, wie weh der mir tut, wenn er mich haut. Naja, es geht eigentlich. So, wahrscheinlich nur die Kombination aus beiden. Ja, wenn er mich stunnt, das tut weh. Hallo? Bist du mal auf? Ist schon gemein, der Junge. Autsch! Kann ich ihn auch im Kreis kiten? Ich bin natürlich auch. Aber ist halt irgendwie auch lame, ne? Kreis kiten, yay! Das dauert eh nicht, bis ich den Down habe. Es kommt halt aber auch keiner um diese Uhrzeit für Maitrin. Ich meine, gut, es kommt für Maitrin sowieso. Und gern jemand, aber trotzdem. Trotzdem. Krieg halt auch dessen trotz Balken überhaupt nicht Down. Wie, aber auch, ne? Geh ein bisschen CC, was ich habe. Komm hierher, da ist ein bisschen Schaden für dich. Bisschen. Hallo. Hi. Gott, das ist eine Unendlichkeitsarbeit gegen den. Komm, ich laufe da jetzt runter. Mach den jetzt nicht alleine. Komm, geh weg. Bleib weg von mir. Geh weg. Geh weg. Gehst du jetzt weg? Wie weit läuft der mir denn hinterher? Jetzt ist er resettet. Ich habe das zum Beispiel hier nie gesehen, dass hier unten auch noch etwas ist. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, warum ich das nie gesehen habe. Ich musste da mal für etwas hingehen, aber ich weiß nicht mehr, für was. Für irgendwas musste ich mal hier runter. Irgendwer verkauft hier was. Und da war ich total überrascht, dass man auch hier noch wohin kommt. Eigentlich total schön hier. Ja, mal interessant, ob man mit einem Lieb oder so hier irgendwie wegkommt. Ja, hier. Das sind die, die schlafen hier. Da. Der verkauft einen. Was zeigt mir, was ihr zu bieten habt? Meister Wiederverwertungskit. Etterkling Rekrutierungsformular. Genau, das brauchte ich damals. Aber frag mich nicht für was. Ich weiß es nicht mehr. Ja, schade, dass wirklich niemand kommt. Ja, schade, dass wirklich niemand kommt. Sehr schade. No, naja, immerhin hat man ein bisschen Spaß gehabt. Die letzte Folge war halt tatsächlich ziemlich fail. Ähm, nachdem ich da halt wirklich im Endeffekt überhaupt nichts geschafft habe. Ich hätte die Folge einfach löschen sollen und hätte sie ausfallen lassen sollen. Statt sowas abzuliefern wie letzte Folge. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt schauen wir mal ganz kurz nochmal, ob sich hier nochmal irgendwas... Ach, mittlerweile ist meine Fraktalsuche rausgenommen worden. Wahrscheinlich, weil sie zu lange drin war. Oh, wirklich. Wow-Spiel. Wow. Und ich warte und warte und warte. Natürlich kommt keiner. Komm, wir versuchen es noch einmal. Fraktale der Nebel. Ihr habt eure Gruppe. 25. Mai drin. Ach, das ärgert mich jetzt gerade. Wahrscheinlich, wie gesagt, zu lange drin. Ärgerlich. Allerdings warte ich jetzt nicht zu lange. Warte jetzt einfach noch kurz ab, bis wir die Viertelstunde-Folge voll haben. Dann werde ich mich wahrscheinlich verabschieden. Ist halt ein schlechter Plan gewesen, das um diese Uhrzeit zu machen. Da habe ich natürlich jetzt auch nicht dran gedacht. Ist ein bisschen failig zur Zeit. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr seid mir nicht alles zu böse deswegen. Nachdem die letzte Folge schon so ein Fail war. Immerhin haben wir heute eine Sache geschafft. Die anderen beiden Events in mancher Sprung laufen halt leider nicht. Ich kann natürlich mal noch gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Gehen wir wieder raus. Ich kann es natürlich versuchen, ob ich es mal alleine schaffen würde. Ich würde es auch tatsächlich sehr gerne mal alleine machen. Aber ich müsste erst mal gucken, mit welchem Bild ich das am besten mache. Mit welchem Waffenset. Ich weiß, dass es geht. Das weiß ich. Von daher müsste man mal gucken. Ich hätte auch schauen können, ob Flight My Trin auf einer anderen Fraktalstufe eventuell in der Daily gewesen wäre. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Naja. Ja, wir können vorsichtshalber noch gucken. Vielleicht haben wir ja Glück und das Event läuft jetzt zufälligerweise. Aber ich bezweifle es, weil vor einer halben Stunde ist es auch nicht gelaufen. Da war alles noch clear und top und toll. Und warte, es ist so ein Kampf. Aber ich glaube nicht, dass die entsprechenden Pre-Events dafür laufen, oder? Ah, jetzt bezweifle ich jetzt sehr. Nee, ich will mich nicht mit dem Champion anlegen. Nicht wirklich. Ah, vielleicht haben wir jetzt tatsächlich Glück. Ja, nur der Bildhauer Malchua kann die Versiegelung um die Sätze mit Wainer-Statue im Altar der Gezeiten brechen. Das ist wohl wahr. Aber das sagt mir halt immer noch nicht, ob das Event jetzt startet. Was ist das hier für ein Event? Bringt Malchua zum Alter. Boah, die Pre ist laufen. Oh mein Gott, das ist klasse. Dann können wir tatsächlich doch noch was anderes heute schaffen. Da habe ich jetzt tatsächlich echt Glück gehabt. Oh, habe ich da ein Glück. Und ich gehe mal vorsichtshalber in den Aufnahme-Channel. Damit man das nicht hört, wenn andere Leute die Channel wechseln. Ich war nämlich im AFK-Channel. Eine sehr traurige Geschichte um ihn. Deswegen ist es ganz schön, das jetzt auch mal mit Ton mitzuerleben. Meistens hatte ich keinen Guild Wars-Ton an oder nur sehr leise. Sehr traurige Geschichte um ihn. Er tut mir wirklich echt leid. Kann man ihn heilen? Nein. Das Event kann also tatsächlich failen, weil man ihn nicht hochheilen kann. Lass mich in Ruhe. Total Dwayner-Fans hier, hm? Das angucken. Der Rüstung. Waffen. Flügel. So, jetzt müssen wir ihn allerdings bekämpfen. Den guten Malchior. Leider. Der Arme. So, jetzt kommt. Zähle ich nicht so. So, bringt Malchior zum Altar der Gezeiten. Event war erfolgreich. Wir haben ihn hergebracht und dann getötet. Ist das nicht schön? Ich habe versagt, mein Göttin. Lass mal. Er ist für Sie. Soll er sprechen. Ich sollte euer Abbild erschaffen, damit die Leute von euch erfahren. Aber ich konnte nie in eure Hand einfallen. No. Und nun fällt der kleine Schutz, den ich errechnen konnte. Ich habe versagt, meine Liebe. Ja, und jetzt sind diese Statuette drin. Und jetzt gilt es eben dagegen zu kämpfen. Und, ähm, bin mir nicht sicher, ist das am Anfang des Events oder immer am Ende. Da müssen wir jetzt auch gleich mal gucken. Ich werde das jetzt noch nicht verraten, was ich meine. Nicht, dass das erst am Ende des, wow, Events ist. Das hat wehgetan. Tut tatsächlich ziemlich weh hier. Ei, 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 ei. Er bringt mir gar nichts jetzt hier die Aura anzuwenden, weil in dem aktuellen Bild habe ich die Heilung durch Auren nicht drin. Ah, ich bin es zu sehr gewöhnt, bestimmte Attacken zu benutzen, wenn ich auf dem Element bin. Deswegen war das jetzt eigentlich total fail. Das wollte ich nur Wall setzen, dann wollte ich die Immo setzen. So, von daher. Naja, so. Aber freut mich, dass das Event hier jetzt startet. Oder hier gerade läuft. Das ist sehr, sehr gut. Also wir müssen jetzt eigentlich nur diesen Kampf hinter uns bringen und dann ist alles toll und super und klasse. Und wir könnten uns das Viech hier noch holen. Macht auch nochmal ein bisschen extra Damage. Damit es ein bisschen schneller geht. Wow, das ist halt so ein Burst-Damage, der plötzlich um die Ecke kommt und du denkst jetzt so, WTF, wo kommt der Schaden her? Weiß nicht, vielleicht könnte ich das dodgen. Keine Ahnung, wann der Schaden kommt. Ich sollte einfach in der Ferne bleiben und alles ist gut. Uiuiuiui. Wäre vielleicht wirklich sinnvoller. Ja, CC-Balken nochmal runterziehen. Ein bisschen Soft-CC drauf. Das ist alles, was ich hier bieten kann. Ja, damit wäre der CC-Balken weg. Und das Event wäre vorbei. Thyssen S1, das ist der experimentelle Nachtschwert. 13.15 Uhr. Ah, das ist so traurig und das sagt, dass er nun nichts mehr von sich zurücklassen wird. Und ich kann ja mal ein Target auf ihn setzen, damit man ihn ein bisschen besser sieht und ihn mal begleiten, was er jetzt macht. Und da ist er weg. Mal kurz warten. Bin mir grad nicht sicher. Sonst ist das immer am Anfang des Events. Schade. Hab ich mich getäuscht. Oder? Bin mir echt nicht sicher. Jo. Bin ich 100% mit der Geschichte vertraut. Leider. Deswegen weiß ich nicht zu 100%. Es würde halt Sinn machen, dass es erst am Ende kommt. Achso, nee, 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 Quatsch. Natürlich kommt es am Anfang des Events. Er stürzt sich nämlich von der Klippe. Ich glaube eben, wenn man da nach hinten geht ins Meer. Und da hört man ihn halt und stimmt klar. Und deswegen ist es jetzt der Geist, der hier unterwegs ist. Ach ja, irgendwie so. Ich muss mir das mal genau durchlesen. Ich finde die Geschichte aber auf alle Fälle sehr, 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 sehr traurig. Und diesen Schrei, wenn er sich eben von der Klippe stürzt oder ins Meer stürzt, wie auch immer, und er dann eben ganz laut Dwayna schreit, dann hört man halt über die komplette Map. Das heißt, egal wo in mancher du dich befindest, du hörst diesen Schrei. Das finde ich halt irgendwie ziemlich cool. Aber natürlich auch sehr traurig. Aber ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.